Hallo meine Lieben, wir sind in Lauingen angekommen, wie man hier unschwer an den ganzen Traktoren im Hintergrund sehen kann. Michael, hier im Bild zu sehen, hat uns hervorragend hierhin gefahren. Ich fühle mich sehr sicher bei Michael. Wir haben hier Regen. Ist ja nicht so schön, gerade so ein bisschen, aber geht doch. Auf jeden Fall aushaltbar. Ja, die Aussicht ist großartig. Ich schalte für euch mal eben um. Moment. So. So, können wir mal vielleicht ein bisschen näher rangehen, damit ihr das auch seht. Also Warrior an Warrior. Und dazwischen auch tatsächlich der Lamborghini dazwischen. Ja, grün hat tatsächlich noch das meiste, aber wirklich deutlich, deutliche Anzahl von schwarzen Traktoren. Also durchaus kräftiges Grün. Ja, wir haben nur mal einen ersten Blick aufs Werk werfen wollen und werden jetzt natürlich gleich erstmal im Hotel einchecken heute Abend. Und Essen mit den Streamern. Aber macht schon Freude. Wir freuen uns schon ein bisschen drauf, dass wir die Arena jetzt gesehen haben. Hier vorne übrigens im Hintergrund zu sehen, wird auch gerade ein Deutz verladen. Ich glaube, ich sage denen einfach meine Adresse. So ein Gefährt zu Hause, das kann man immer mal gebrauchen. So, liebe Zuschauer. Wir sehen uns weiter. Wie gesagt, ich halte euch auch morgen und übermorgen auf dem Laufenden, damit ihr alles mitbekommt, damit ihr die Informationen habt, weil es eben keine Live-Informationen gibt. Aber ich versuche relativ nah dran zu bleiben. Das heißt, ihr kriegt die Informationen von mir. Bis später.